Da sind wir wieder bei Xenoblade Chronicles und ihr wundert euch vielleicht, warum ich schon wieder in den Mechonis-Hallen bin und nicht oben in der Zentralfabrik. Und zwar habe ich mal durchgeguckt, wo mir noch einzigartige Gegner fehlen. Und mir ist aufgefallen, ich habe zwar so weit in den Mechonis-Hallen alles abgeschlossen, ja, aber mir fehlt noch ein einzigartiger Gegner. Der befindet sich hier, zweites Obergeschoss-Kontrollstation, genau da, Zerstörer Salvakion, den machen wir jetzt auch down. Dann haben wir zumindestens in den Mechonis-Hallen schon mal komplett alle einzigartigen Gegner. Und die sind auch relativ schnell down, das ist gut, so gut. So, die darf ich nicht umschmeißen, die Rappen, die haben nämlich Stachelschart, wenn wir sie umhauen. Vielleicht verdauen. Na komm. So. Das ist schwierig. So, und die Einsatzkette können wir gleich für den einzigartigen Gegner davor nehmen. Ah. Werbung voll robuster Gnade, auch mal nichts. Okay, go, go. So, ich schätze mal. Ja. Okay. Fiora, keep it coming. My turn. You're out of here. Aber wenigstens schwankt der. Leider hat es in der Angriffskette mit dem Umwerfen nicht geklappt. Aber was sucht der jetzt hier? Weiter, weiter, weiter. Zack. Jetzt die Blutung und dann schwanken. Ja. Dann noch mal. Dick Strom. Dann wieder die Luftklaue. Und wieder keine Verlängerung. Super. So mögen wir das nicht. Über Tentakel. Hier. Kann uns egal sein. Ciao. Oh, Stump. Nice. So, dann wollen wir uns ja keine Gedanken mehr machen. Schon ist er down. So, Machina-Schwert und Machina-Star. Gut. Jetzt müssen wir uns über die McConaise-Hallen überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Wirklich. Also wir haben alle einzigartige Gegner. Wir haben alle Punkte. Übrigens im Schwertal haben wir auch komplett alle Punkte gefunden und einzigartige Gegner besiegt. Und in Festung Galahad haben wir das auch gemacht. Nur just for info. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder hier hin. Und hier gibt es keine Reisebund. Aber hier. Hier liegt es etwas. Wir kommen von hier aus direkt weiter. Machen. Oh, der ist sogar wieder hier. Der robuste Lancelot. War der nochmal? Nee. Nee. Hätte ihn jetzt einfach nochmal besiegen können, dann hätten wir wieder was gedroppt. Aber warum? Brauchen wir nicht unbedingt. So, hier hatten wir die letzte Folge beendet. Also machen wir weiter. Zack. Auf, zu. Und ab nach oben. Ah, Fiora. Kommt nicht mit. Die bleibt drinnen. Ach, da ist er. Wo kommst du so schnell her? Lager auf, zu. So, gucken wir uns einmal rum. Wir können nur da lang. Ich finde ein Weg nach oben. Machen wir. Gar kein Problem. Ich gucke erstmal ganz kurz auf die Karte. Da geht es wohl hin. Aber... Oh, Gott. Ja, ja. Level 65. M101. Hacke. Zentraler Fabrik Lift. Harmonika Harris. Den müssen wir auch noch platt machen, aber... Den kriegen wir gar nicht umgeworfen, ne? Schön erstmal. Die... Der hält ganz schön viel aus. Kommt die Angriffskette, komm. Wie machen wir das jetzt? Äh... Dann... Das. Dann machen wir das. Und natürlich wieder keine Verlängerung. Wie immer. Drei Mal erst mal gehen. Widerstand. Was macht er jetzt? Mega Flammenwurf. What the fuck? ich glaube es ja ja du mich auch schwarze materie da habe ich sie nun Nado lalala was für ein Kampf drehschnitt oi 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 vielleicht kriege ich sie nochmal umgeschmissen alter schon wieder nächste Vision Titaneser 7 um 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 ja ja oh man was für ein Kampf ey zwei Gegner ein fetter und ein einzigartiger voll nervig aber aber komm 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 jetzt aber ja endlich der große ist down jetzt haben wir nur noch den Harmonie Geheres an der Backe und den allein kriegen wir down das ist kein Problem gibt da die Blutung rein die Blutung dann schwanken dann schwanken dann umwerfen und dann bestes jetzt nicht schade my turn fiora okay my turn double blade schade we did it just like old times ever we choose to fight drop and start i can do it i know i can we'll leave back back all together now ja ist mir egal ist gleich laut bäh erledigt okay das war ein schwerer Kampf aber alles geschafft sehr schön machina kanone blutöl du mich auch ey greift er mich von da oben an was noch beschissener ist im kampf und ich total langsam mit er ich ja die ecke wollte ich eigentlich blöder gegner greift mich einfach an das geht doch nicht ja noch kabel groß meckern lager das hört sich schon so an offensivbrief expander hier mal oben lang der war schnell dauern und hier geht es leider nicht weiter der war am schwanken und ich habe ihn nicht umgeworfen das ein bisschen komisch was ist hier los müsste da nicht noch mein dass groß mechon lager das ist ja ein bisschen komisch dass hier nur zwei gegner sind oder so auch noch mal fleckenskirr Ich werde dich alle anstrengen! Ich bin gut! Okay? My turn! Backflash! Fiora! Keep it coming! Alrighty! You're mine! We're not done yet! We're not done yet! Born in a world of stripes! Against the odds! We choose to fight! We're not done! Perfect! Yay! We win! Nice job! Not bad! Not bad at all! Also dafür, dass... Komisch. Also dafür, dass hier das Großmechon-Lager sein soll, ist hier ja gar nichts. Doch hier waren vier Gegner. Ein bisschen, ähm... Mager, würde ich sagen. Hauptturm-Aufzug. Wollen wir mal. Oh! Schön! Bringt mir noch nichts. Kann ich noch nicht lang. Und das Ding kann ich auch noch nicht aktivieren, ne? Oder? Moment mal. Doch! Ich kann das aktivieren. Nice! Ja! Sehr gut! Ja! Sehr gut! Schafft! Ich bin ja ein bisschen zu schnell unterwegs. Defensiv wacht! Danke! Na ja, tschau! Lalalalala! Ah! Sehr gut! Uralter Fokalor! Wir sind jetzt nämlich auf dem Manöverplatz. Da ist der uralte Fokalor. Dein Ernst? Die verfolgen mich bis hier oben hin. Richtig nervig. Die. Wir können definitiv nicht machen. Trud! Der hat mich versucht, zu fangen. Der hat den Kraftt in meinem Körper. Er ist einfach zu sein, dass wir die überall auch haben. Zubelwinde! Die! Ich bin definitiv jetzt. Die. Wir können definitiv das machen. Gäuern für unsere Füri. Hier, go. Nies. So, jetzt machen wir einfach mal... immer wenn man eine angriffskettenverlängerung haben will kommt keine danke ich besiege ein und die anderen zwei hauen ab doch so weiter wieder nichts nasse mauer ja 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 Und wieder nicht. Schweigeschlag 5, ja. Der bringt dir auch nichts mehr, weil du jetzt gleich in die Todzeit wirst. Besiegt. Zu Schrott verarbeitet. Erledigt. Und so viele Erfahrungspunkte. Machinawächter, Kämpferstiefel. Oh, Erfahrungspunkte plus LOL. Ist ja interessant. Ich könnte jetzt irgendjemanden in der Gruppe zum Beispiel die Kämpferstiefel verpassen. Und dann würde der schnell an Level steigen. Oder die Raub-Leggings. Oder was war das? Naja. F-Kraft-Chassis, Kämpferstiefel. Uff. Die wiederum, die Kämpferstiefel würden dafür sorgen, dass Schulk zum Beispiel schneller im Level steigt. Aber das bringt ja nichts. Würde schon was bringen, klar, aber seh ich irgendwie nicht den Sinn dahinter. Hab ich hier... Ah, hier hab ich nichts an. Das heißt, ich könnte das komplette Equipment der Machinawächter zum Beispiel. Der ist natürlich schwächer, aber physische Abwehr, Eta-Abwehr ist besser und die Werte auch. Machinawächter 3. Ich glaube, ja, komm. Kriegt er den Machinawächter 3. Den Ladungsschmuck. Joa. Physische Abwehr. Was hat er aktuell an? Die Zwillingsrückrüstung, wenn ich den Agryos hirnisch und der Agni hirnisch. Achso, das ist wiederum das. Ich bin mal gespannt, wie viel Zwillingstulpen sehen so aus. Eiskaiser Armzeug. Ja, dann hätte er wieder diese violette Rüstung. Das Stirbein-Zeug sieht ja ganz schön kacke aus. Was hat er hier noch? Der M100-Fußschutz. Die Kämpferstiefel. Ja, komm. Kriegt Ryan einfach mal die Kämpferstiefel. Egal. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. So, die Ecke haben wir uns angeguckt. So, hier oben den Trutzi haben wir platt gemacht. Den Aufzug haben wir uns angeguckt. Oh, Level 59 so nah. Level 60 so nah. Die werden aggressiv, aber die anderen nicht. Ach, komm. Was soll der Geiz? Und wieder nicht. Ich setz anscheinend den Stahlschuss zu früh ein. Äußerst komisch. Aber gut, äh, wir haben uns jetzt erstmal ein bisschen was angeguckt von dieser Ebene. So, sammeln wir uns hier noch schnell die Items ein. Von hier bin ich gekommen, ne? Ja. Items einsammeln. Okay. Ich guck mal ganz kurz noch, ob wir schon alle Sammel-Items haben oder ob noch was fehlt. Prisma-Füßler. Nein, es fehlt noch. Es fehlen noch zwei. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.